Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist er Freitag, 1. Dezember 2017. Ihr hört die Geek Talk Daily 0259, also die 259. Folge. Und heute ist nicht die letzte diese Woche, da komme ich aber nachher noch drauf zurück. Die Themen, die ich euch mitgebracht habe, sind Sets, Skype, Xbox, Photoshop, HDMI, Pixelmator Pro, Siri, Amazon Prime Video und Karten. Beginnen wir doch gleich bei Microsoft. Die haben unter anderem ein Ding vorgestellt, das sich Windows 10 Sets nennt. Etwas, was in der Zukunft kommen wird auf Windows 10. Quasi diverse Programme in einem Fenster, einfach mit Tabs unterteilt. Und nicht nur Programme, auch Filebrowser etc. Alles vor allem in der Cloud, sodass, wenn ich mich auf einem anderen Rechner einwähle und das öffne, quasi wieder alle die Tabs öffnen kann, die ich vorher schon drin hatte. Für die Insider wird das nächstens ausgerollt. Ich werde mir das definitiv installieren. Das schaut sehr spannend aus und ich freue mich schon auf die neue Funktion. Dann hat Microsoft ein Update rausgehauen. Wurde mir gerade vorher in der Geek Talk News Folge zum Verhängnis. Denn mit dem Update war ich auf die Schnelle. Ich habe das Update nicht wirklich mitbekommen. Ja, nicht fähig, das aufzunehmen. Ich musste dann switchen auf das MacBook. Sehr speziell muss ich mich noch ein bisschen einarbeiten, denn Skype schaut komplett anders aus. Es gab ja schon mal ein kurzes Update und jetzt schaut es nochmals anders aus. Das gleiche gab es auch auf Windows 10. Auch da sind ein bisschen, ja so ein Hauch Fluence Design. Also dieses neue Design, was Microsoft ausrollt, über das ganze System mit integriert worden. Dann updatet oder schaut es euch vorher an, wie es ausschaut und wie es gehandhabt wird. Und ich werde mich garantiert nachher noch damit auseinandersetzen, damit ich in Zukunft auch wieder Skype nutzen kann für unsere Aufnahmen. Und vor allem das neue Skype nutzen kann, so muss ich sagen. Beim Herrn Nadella, der junge Herr, ist ja nicht unbedingt bekannt, dass er die Consumer Produkte von Microsoft mag. Mag ist das falsche Wort. Er steht halt eher zu der Business Software, hat ja schon das Band eingestampft, hat die Lumia-Reihe quasi eingestampft. Er hat Groove Music eingestampft etc. Und von vielen wurde schon länger befürchtet, vor allem in der Gaming-Branche, dass auch die Xbox darunter leiden könnte oder irgendwann eingestellt wird. Aber auf Anfrage von einem Investor gab es ein Statement aus seiner Richtung, dass der 100 Milliarden Gaming-Markt nicht aus seinem Fokus gehen werde. Und somit sich die Community auch noch weiter vergrössen kann und sie da sicherlich noch einiges tun werden. Da freut mich natürlich als Xbox One X Besteller, dass das noch weiterhin bestehen bleibt und bleiben darf vor allem. Wir hatten es immer wieder mal, die künstliche Intelligenz, die kommt immer mehr und neu jetzt auch bei Photoshop. Wenn man da eine Person freistellen möchte, ist das ja noch immer ein bisschen Klickarbeit und eine Fleißarbeit, wenn man so sagen möchte. Da kommt in Zukunft einem dann die künstliche Intelligenz von Adobe zu Hilfe und erleichtert einem das Ganze. Wer sich dafür interessiert, wir haben einen Beitrag bei uns in der Geek Talk Daily 259 verlinkt. Da könnt ihr es euch anschauen. daily.geektalk.ch Sehr, sehr spannend und für Leute, die eben in dem Bereich was tun, sicherlich auch eine grosse Optimierung, eine grosse Hilfe in der Hinsicht. Es gibt Neuigkeiten auch von der HDMI-Front. Der neue Standard 2.1, also HDMI 2.1, wurde jetzt offiziell verabschiedet und kann nächstens dann auch in neue Geräte integriert werden. Was heisst das für euch? Ihr habt jetzt bis zu 10K Auflösung und nicht nur eben, auch 8K und abwärtskompatibel, logischerweise 4K etc. Aber der neue Standard kann bis zu 48 GB pro Sekunde durchladen oder durchjagen, besser gesagt. Und vor allem ganz wichtig, auch Tonqualität wird in höchsten möglichen oder in EARC möglich sein. Also ziemlich hohe Qualität. Was heisst ziemlich hohe? Sehr, sehr hohe Qualität. Dann im September vorgestellt und auf Ende dieses Jahres angekündigt, ist es jetzt endlich da. Das Pixelmator Pro, die Photoshop-Oternative, kann ab sofort im App Store auf macOS geklickt werden. Und zwar zum Einführungspreis von 60 Währungseinheiten. Wer noch ein bisschen unsicher ist, schaut euch die Videos dazu an, schaut euch die ersten Reviews dazu an und schlagt doch relativ zügig zu. Denn der Preis soll anscheinend nächstens angehoben werden, dann in absehbarer Zukunft auf 100 Währungseinheiten. Und ja, somit könnte man doch noch das eine oder andere sparen. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis. Aktuell gibt es überall, Deutschland, Schweiz und ich nehme an, auch in Österreich, gewisse Angebote, wo man iTunes-Karten günstiger kaufen kann. Da solltet ihr unbedingt, dann könnt ihr die Software natürlich nochmals deutlich günstiger shoppen. Es gibt sie. Eine Studie vom Feng Liu, Yongxi und Ying Liu. Entschuldigt, liebe Kollegen aus China. Ich habe euren Namen wahrscheinlich nicht richtig ausgesprochen, aber die haben eine Statistik oder eine Studie erstellt, bei dem sie die Intelligenz, die künstliche Intelligenz von Sprachassistenten untersucht haben. Und da hat anscheinend Google am besten abgeschnitten mit 68,1%. Danach gefolgt von Cortana und dann Siri mit 21%. Er verwundert mich. 20,7%, also noch weniger Alexa. Gut, ich habe eh nicht das Problem. Mich verstehen alle diese Dienste zum Glück relativ gut. Aber hätte ich jetzt so von meiner Bubble anders erwartet, also dass Alexa deutlich weiter vorne ist. Somit ist gesagt, Siri hat eine Intelligenz von einem ca. 6-jährigen Kind. Alexa somit auch. Google und Cortana sind dann ein bisschen älter, was das anbelangt. Noch im Sommer wurde es angekündigt auf noch 2017 die Amazon Prime Video Geschichte für die Apple TV. Die lässt immer noch auf sich warten, denn wie man jetzt gehört hat oder vernommen hat, ist das Ganze immer noch im Beta-Programm und gibt es noch einiges zu beheben an der Stelle. Somit zu hoffen, dass ja die letzten 30 Tage oder 31 Tage besser gesagt jetzt noch weise genutzt werden oder gut genutzt werden. Es gibt auch ein Update bei den Apple-Karten. Da gibt es jetzt neu, haben bis anhin nur in Amerika gemacht, Indoor-Maps für Flughafen. Und zwar neu dazugekommen ist Berlin, London und Amsterdam und Genf, also auch ein Schweizer Flughafen. Da kann man zum einen sich ein bisschen reinzoomen und sieht die einzelnen Terminals, das ist ja gut und recht. Aber wenn man sich noch weiter reinzoopt, sieht man, wo die Sicherheitskontrollen sind, wo die WCs sind, wo die Geschäfte und Restaurants sind. Somit kann man seinen Gang zum Flugzeug, wenn man dann das Gate weist und alles drum und dran, schon mal ein bisschen vorbereiten. Zumindest in digital von zu Hause aus. Immer praktisch solche Geschichten. Und ja, das war es eigentlich schon an Neuigkeiten für diese, oder zumindest technische Neuigkeiten. Eine Neuigkeit habe ich euch noch, wie schon zu Beginn versprochen. Am Samstag dieser Woche wird es noch eine zusätzliche Folge geben. Da haben wir Neuigkeiten für euch. Also unbedingt auch am Wochenende in die Geek Talk Daily reinhören. Und ja, bis dann wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Geniesst das Entspannen, was auch immer ihr tut. Vielleicht ist es auch nicht ganz so entspannt. Und ab nächster Woche ist der Achim wieder für euch da. In diesem Sinne, besten Dank fürs Einhören. Euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.